Harry Block hat einen Bestseller geschrieben. Du hast deine ganze Geschichte erzählt. Über seine besten Freunde. Er hat ihre tiefsten Geheimnisse preisgegeben. Du hast dich verwandelt in einen doppelzüngigen, klugscheißerischen, eiertanzenden Lügner. Und niemand ist darüber erfreut. Du abgefuckte Mist, Herr. Ich stehe nicht auf. Hier steht alles drin. Du nimmst das Leid aller Leute und verwandelst es in Gold. Literarisches Gold. Lucy, was ist los mit dir? Wenn du mich erschießen wirst, erschieß mich. Und jetzt fährt Harry Block zur Hölle. Sechster Stock. Rechtsextremisten, Serienmörder, Anwälte, die im Fernsehen auftreten. Was haben sie getan? Ich hab die Alu-Hausverkleidung erfunden. Suchst du jemanden? Der Typ ist der Teufel. Ich hatte schon einen Haufen Jobs in deiner Welt. Und welche zum Beispiel? Ich hab zwei Jahre ein Hollywood-Studio geleitet, aber den Leuten kann man nicht trauen. Billy Crystal. Soll ich die Klimaanlage einschalten? Du hast hier eine Klimaanlage? Ja, die versaut die Ozonschicht. Kirstie Alley. Ich übertreibe nicht. Du, du, du. Du bist ein Pfeil für die Klinik. Judy Davis. Woody Allen. Sie sind auch nicht so einfach. Sie sind auch hier. Demi Moore. Ich habe deinen arroganten Zynismus satt. Elizabeth Shue. Julia Louis-Dreyfus. Und Robin Williams. Der Schauspieler ist unscharf. Du bist ganz weich. Ich habe etwas zugenommen. Ich muss dringend zum Arzt. Harry außer sich. Siebter Stock. Die Medien. Es tut uns leid, dieser Stock ist völlig belegt. Untergeschoss. Alle aussteigen. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF.